WIP ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für einen gerechten Zugang im Bereich der Bildung einsetzt und Nachhilfe in allen Fächern, in allen gängigen Schulmodellen und für alle Jahrgangsstufen anbietet. Unser Projekt funktioniert mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern aus ganz Deutschland. Dabei vermitteln wir Nachhilfe mit Hilfe von Tutoren, die ihre Schüler über Online-Plattformen wie Teams oder Zoom unterrichten. Wir bieten Nachhilfe, die ermutigt und Perspektiven schafft. Wir möchten mit WIP die Ermutigung bringen, die es in der Schule nicht gibt und Schülerinnen und Schülern die Perspektiven hinter Bildung zeigen, die so viele nicht sehen. Gerade als Abiturienten 2021 können wir nach zwölf Schuljahren durchaus sagen, wie wenig Ermutigung in der Schule vorhanden ist und wie wenig Individualität dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerinnen geboten ist. Wir wollen mit WIP also den Schülerinnen und Schülern das ermöglichen, was wir uns selber gewünscht hätten. Also Corona hat positive, aber auch natürlich negative Einflüsse auf uns gehabt. Zum Beispiel, dass Tutoren verschiedener Schulen verknüpft werden durch ihren Nachhilfeunterricht online. Das können wir jetzt nämlich auch bundesweit machen. Das heißt, ein Tutor aus Berlin kann einem Nachhilfeschüler oder einer Nachhilfeschülerin aus Bayern helfen. Und ein weiterer positiver Aspekt ist das neue System der Schule im Online-Unterricht. Damit kommen viele Leute nicht klar. Auch wenn sie gute Leistungen in der Schule haben, ist es schwierig, sich immer am Schreibtisch zu konzentrieren. Genau diesen Schülern und Schülerinnen können wir natürlich auch helfen, indem wir ein How-To-Online-Unterricht-Projekt mit der Matrix Königsbrunn und dem Landratsamt Augsburg starten, indem wir den Leuten zeigen, wie sie sich besser am Schreibtisch konzentrieren können, besser mit Teams und Zoom umgehen können. Und genau da können wir einhaken. Also in näherer Zukunft wollen wir VIP als einen eingetragenen Verein etablieren. Und um uns dann auch zu finanzieren, suchen wir Sponsoren. Und wir wollen VIP und die Botschaft von VIP international verankern. Und wir wollen uns dann auch zu finanzieren,